Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked-Magazin.de. Wir reden über die Bungie-Akquise von Sony, das neue Spiel der Shovel Knight-Devs, ein neues Singleplayer-Gwent-Spiel und unsere Eindrücke zu Pokémon-Legenden Arceus. Das alles und mehr jetzt bei Folge 357 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Hallo Robin. Hast dich erholt vom Goti, von unseren Goti-Videos. Das hat wieder viel Freude gemacht. Danke, dass ihr wieder so fleißig eingeschaltet habt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, macht das mal. Ist gut. Es gibt wieder vier Videos an der Zahl. Eines davon per Tuna Steady exklusiv, nämlich wo Tom und ich die erweiterte Community-Liste besprechen. Alles ab Platz 21 bis runter Platz 333. Hat viel Spaß gemacht. Und ansonsten gibt es halt unsere zweiteilige Community-Liste mit wunderbaren Gästen. Und ich habe noch eine einzelne Top-15-Liste gemacht. Dieses Jahr nur wieder Top-15, damit das Video kürzer wird. Und es hat nicht so gut geklappt. Nee. Ich glaube, es ist acht Minuten kürzer. Also in gewisser Weise hat es geklappt. Acht Minuten kürzer, zehn Plätze weniger. Ich weiß wirklich, das war eine große Überraschung für mich. Das ist ja das Erste, was ich auch zu dir geschrieben habe im Discord. War einfach nur, wie Robin? Das war überhaupt wie. In meiner Wahrnehmung auch gar nicht so. Also ich habe dieses Video aufgenommen und dann geschnitten. Und erst als ich das wirklich auf Rändern gedrückt habe, habe ich mir aufgefallen, das geht ja eineinhalb Stunden. Wieso das denn? Weiß ich nicht. War hasseviel. Ich glaube, das lag an Platz 5 vor allen Dingen. Dieser Podcast wird wahrscheinlich kürzer als Robins GoTi. Das könnte sehr, sehr gut sein. Denn nach dem ganzen GoTi-Videogespiel blieb nicht Zeit für tausende unterschiedliche Spiele. Genau. Nee, dazu kommen wir nachher nochmal. Aber ja, auch von mir eine Empfehlung für die Videos hat wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch im Schnittprozess ein paar Sachen anders gemacht, die es für mich dann angenehmer gemacht haben und wodurch ich dann auch besser da durchkam. Und die Kommentare da zu lesen ist wirklich immer schön, weil man richtig merkt, wie ihr euch darauf freut. und wir auch merken einerseits, wie wir uns drüber freuen, aber auch, wie unsere Gäste Bock drauf haben und wie viel Spaß denen das dann auch macht. Und ich finde, das merkt man halt in den Videos dann auch. Und genau, deswegen an der Stelle nochmal eine Empfehlung dafür. Wir beginnen jetzt aber mit den News der letzten Woche. Angefangen mit einer, die wir auch schon wieder in einer Breaking-News-Extra-Ausgabe behandelt haben. Für unseren Ersteindruck dazu quasi könnt ihr nochmal in diese letzte kleine Bonus-Folge reinhören. Aber hier vielleicht nochmal zusammenfassend. Sony wollen Bungie kaufen. Und dieser Deal steht, glaube ich, nicht groß in Frage. Ich glaube, da kommt kein Kartellamt dazwischen. Wird ja bei Microsoft höchstwahrscheinlich auch nicht passieren. Der Deal ist laut Chef Jim Ryan schon seit Monaten in Verhandlungen gewesen. Also, wie bereits vermutet, nicht wirklich eine direkte Reaktion auf das von Microsoft. Wäre halt auch viel zu kurzfristig dafür gewesen. Aber das ist halt so ein bisschen durchs Netz gegangen. Logischerweise, weil es halt kurz danach kam. Bungie bleibt unabhängig unter Sony. Sie bleiben auch Multi-Plattform, so wie sie es halt möchten mit ihren Spielen. Da waren sie auch sehr ausdrücklich in ihrem FAQ. Und bei Destiny 2 soll es halt dementsprechend dahingehend auch keine Änderungen geben, dass das jetzt irgendwie von der Plattform verschwindet oder sonst irgendwie. Und laut Jim Ryan holen sie sich Bungie halt rein. Unter anderem für die Erfahrung, die Bungie haben im Multi-Plattform-Entwicklungsbereich und aber vor allem auch im Live-Service-Game-Bereich, weil sie dort ausbauen möchten. Da haben sie nämlich schon gesagt in einem Earnings-Call, dass Sony bis März 2026 zehn Live-Service-Spiele an den Start bringen wollen. Und nun ist 2026 ja natürlich noch eine Weile hin. Deswegen zehn klingt erstmal sehr viel. Wenn man es verteilt, geht es, glaube ich. Aber ich glaube, erstmal ... Man weiß ja nicht, welche Größe die haben und sowas. Genau, die Größe ist natürlich auch eine Frage. Aber erstmal schluckt man da ein bisschen. Also ging mir zumindest so, als ich zum ersten Mal diese News gelesen habe, von wegen zehn Live-Service-Spiele? Mein Lieblings-Genre? Oh. Es ist eine Menge. Das ist ja bittere. Live-Service-Games ist eigentlich kein Genre, aber irgendwie behandeln die dann doch immer die gleichen zwei, drei Genres. Deswegen läuft es dann so oft auf das Gleiche hinaus. Ich finde das sehr faszinierend gerade, weil das ja wirklich ein sehr offensiver Akt ist, um Multiplattform-Entwicklungen voranzutreiben. Und das sagen sie ja auch so. Und ich finde das so interessant, weil ... Sie sagen wirklich spezifisch, sie wollen jenseits von Konsolen ihr Publikum erweitern. Genau. Und das heißt also auch auf PC gehen, darüber hinaus gehen. Vielleicht Xbox, also das wissen wir jetzt nicht. Aber ich finde das so interessant, weil die ganzen Talking Points, die so ein bisschen vor dem Release der neuen Konsolen und auch unmittelbar nach dem Release der neuen Konsolengeneration von den Chefs von Sony, von Microsoft oder beziehungsweise auf Xbox und PlayStation und von deren PR-Händlern getätigt wurden, die haben sich mittlerweile also fast umgekehrt. Wir hatten ja die ganze Nummer mit Wir glauben in Generationen bei Sony und wir wollen eher für alle weitermachen bei Xbox und jetzt bringt Xbox früher Next-Gen-exklusive Titel raus als Sony. Und Sony bringt alles von God of War über Horizon bis zu ganz Horizont auch auf PS4 raus. PC meinst du? Oder meinst du beides? Nee, auf PS4. Ich meine, dass das eben nicht ... Ach so, das ist ... Wir glauben an Generationen in der Form dann nicht genauso passiert ist. Und jetzt, und was ich als weiteren Talking Points sehr im Kopf hatte, war, dass halt Phil Spencer immer wieder bezogen, wir wollen ja, dass so viele auf so vielen Plattformen wie möglich unsere Spiele spielen und hast du nicht gesehen? Während Sony immer sehr fixiert waren auf ihre Prestige-Solo-Singleplayer-Spiele, die dann auch nur auf deren Konsolen veröffentlicht werden. Und jetzt geht's um Multiplayer-Game oder zumindest, was ja meistens dann irgendwie an Form von Multiplayer ist, Games-as-a-Service-Spiele, die dann auf Multiplattformen, auf mehreren Plattformen erscheinen sollen. Während wiederum die ganzen Xbox-Aquisen, Stand jetzt, auch wahrscheinlich Xbox-exklusiv bleiben, solange nicht Game Pass auf Sony sind. Und das finde ich so auf PlayStation erscheinend. Und das finde ich halt gerade wahnsinnig faszinierend, zu sehen, wie sich das alles in so wenigen Jahren umgekehrt hat, beziehungsweise wie wenig dieses PR-Talk halt am Ende des Tages dann wert war. Ich finde, das ist eine spannende Entwicklung. Und ich finde, das ergibt Sinn, weil Sony ja eine deutlich kleinere Firma ist als Microsoft. Das haben wir bereits etabliert. Und Microsoft kann es sich halt leisten, zu sagen, wir bringen unsere Spiele nur auf Game Pass und unseren Plattformen PC und Xbox raus, machen dann weniger Geld mit jedem Spiel, das wir veröffentlichen, aber binden sie dafür an, unsere Plattformen machen jetzt gerade also vielleicht weniger Geld oder sogar Minus, aber kriegen dafür immer einen größeren Teil des Marktes. Während Sony dann scheinbar eher sagt, nee, wir machen jetzt unmittelbar das Geld mit den größeren Verkaufszahlen und mit den dann auch täglichen und monatlichen Einnahmen durch die Mikrotransaktionen dieser Service-Spiele. Und das sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen und das finde ich sehr interessant. Ich glaube aber auch nicht, dass bei Sony dieser Premium-Gedanke verloren geht, dass sie immer noch festhalten werden an ihre First-Party-Strategie in der Hinsicht und dass die Live-Service-Games vielleicht einfach ein Zusatz sind. Und da bin ich halt auch sehr gespannt, ob dieses Gerede von wegen jenseits der eigenen Konsole, ob das wirklich bedeutet, okay, wir sehen mehr Multiplattform-Spiele als jetzt nur Destiny. Also von Bungie auf jeden Fall, so wie es klingt, auch wenn man das natürlich auch so interpretieren kann, dass es auch auf PC rauskommt zum Beispiel oder so. Diese Möglichkeit steht ja offen und da ist ja Sony auch sehr viel offenär in der letzten Zeit, als sie es davor waren. Aber ich glaube nicht, dass die großen PlayStation-Exklusiven-Spiele verschwinden werden oder so als Folge der Destiny. Also ich glaube, da geht es dann wirklich um diese Service-Titel, wo man wirklich auf Jahre und Jahrzehnte mit Mikrotransaktionen immer weiter Geld machen kann. Also die wollen halt ihre Fortnites haben und ein Fortnite macht natürlich nur richtig Kohle, wenn es oder beziehungsweise ein Fortnite kann wahrscheinlich auch nur so richtig entstehen, wenn es überall erhältlich ist, weil du sonst halt keine allumfassenden, ja, keine allumfassenden Hype kriegst und das wollen sie ja offensichtlich erreichen. Und dann, wenn das die Herangehensweise ist, dann ist das auch die logische Lösung, aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt deswegen bedeutet, dass Uncharted 6 dann unbedingt auch gleichzeitig auf Xbox oder überhaupt auf PC kommt. Ich glaube aber schon, dass es einen Einfluss auf die AAA-Studios haben wird, was wir ja gerüchtemäßig auch schon ahnen können bei Naughty Dog zum Beispiel. Die sollen ja angeblich noch immer an dem Last of Us 2 Factions-Multiplayer-Modus arbeiten. Und der dauert so lange, weil er immer größer wurde, immer größer wurde. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn Factions dann offiziell angekündigt wird, es eben nicht einfach nur ein Multiplayer-Spiel ist, sondern ein Service-Game ist. Ein Free-to-Play-Service-Game, das Naughty Dog dann über Jahre und Jahre und Jahre weiterentwickeln will und soll. Und das hat natürlich Einfluss auf ein Studio. Und was das dann bedeutet, da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Ich bin sehr gespannt, ob Last of Us Factions dann noch die zwei im Titel haben wird. Ich glaube gar nicht, weil es so losgelöst wird. Ja, ja, also mal gucken, also ich glaube irgendwie, das wird einfach Last of Us Factions heißen. Ja, ja, irgendeine Art von Neubranding. Oder es heißt gar nicht, warum, es müssen ja auch nicht Factions heißen. Ich kann ja auch einfach Last of Us XY Extraction, Quarantine, hast ja nicht gesehen, heißen. Ja, und es soll ja dann noch das Abo-Modell kommen von Sony, wo es ja auch schon in den Gerüchten hieß, dass da keine First-Party-Spiele sofort zu Release reinkommen, so wie bei Game Pass, was ja auch diesen Premium-Gedanken noch weiter fördert, dass du halt deine 80 Euro ausgibst für die Dinger. Ich frage mich, ob das immer noch alles in Stein gemeißelt ist, oder ob da, weil diese Info dazu, die ist auch schon wieder ein paar Wochen, Monate alt, und ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund der ganzen, ja, dieser sehr, sehr schnellen Änderung von der ganzen Industrie, und wie sie sich verändert, dass da auch Sony sehr unmittelbar dann unterschiedliche Entscheidungen trifft und vielleicht auch sagt, ach, jetzt hauen wir es aus diesem Grunde doch raus. Aber gerade haben wir ja keinen wirklich festen Grund, das zu glauben. Bungie möchten weiterhin ihre IPs, also Destiny vor allem und dann was auch immer noch in Zukunft kommen mag, auch weiter jenseits der Videospiele hinaus verbreiten im Bereich TV, Film, Animation und Bücher. Sie haben Derek Tsai jetzt bei sich, der war vorher Director für Animated Shorts, also animierte Kurzfilme, bei Riot Games, bei League of Legends, und wer die kennt, die waren immer sehr gut produziert, und der ist jetzt Head of Development bei Destiny Universe Transmedia, laut der Jobbeschreibung. Also sie gehen da wirklich so ein bisschen in die Offensive, was multimediale Abdeckung bedeutet, und das holt sich ja Sony damit auch ins Haus, dass sie sagen können, okay, falls Destiny auch so eine Art Arcane-Serie bekommt, oder vielleicht noch größere Dinge, dann haben sie das halt auch. Ich glaube, das bräuchte Sony gar nicht, weil Sony hat ja bereits Filmstudios, aber ich glaube, da geht es dann ... Nice to have, glaube ich. Genau, ich glaube, da geht es auch darum, dass einfach diese PlayStation Studios als eigenständiges Ding eine solche Plattform bieten können. Ich meine mich zu erinnern, dass die PlayStation Studios dann ja auch selbst noch mal eine andere Marke teilweise im Filmbusiness existierend sind als Sony, aber da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber ja, du willst natürlich so vollumfänglich da aufgestellt sein, wie es irgendwie geht, und dann am liebsten irgendwie zwei Filme im Jahr mit deinem eigenen Universe aufbauen, oder nicht Filme, sondern es geht natürlich viel mehr um Serien. Genau, ich meine, es macht ja auch irgendwie jeder gerade. Wir berichten ja alle zwei Wochen über irgendwelche Videospiel-Franchises, die eine TV-Adaption bekommen. Und diese, jetzt habe ich noch zwei, die habe ich jetzt hier mit reingemacht in die News, weil es halt gerade zu dem Destiny-Ding passt. American McGee's Alice bekommt eine TV-Serie mit David Hayter als Showrunner. Und ja, der David Hayter. Also Snake, Snakes Voice Actor, Snakes ursprünglicher, und er ist ja auch Drehbuchautor und sowas, also er hat ja in dem Bereich auch einiges gemacht. Was hat der nochmal geschrieben? Hat der Book of Eli geschrieben? Nee, das war Gary Ritter. Was hat der nochmal geschrieben? Den X-Men, die Drehbücher bei X-Men. Richtig, ja. Zumindest mitgeschrieben, ich weiß nicht, ob er der einzige war. Er hat geschrieben auch bei ... Ich checke jetzt mal kurz aus. ... Graphic Novel, die so krass ... Watchmen. Da hat er auch beim Filmdrehbuch geschrieben, genau. Ja, schon. Writer, ja genau. Aber nicht viel mehr. Also das sind dann vor allen Dingen diese dann doch mittlerweile schon sehr, sehr, sehr alten Filme im Vergleich. Und It Takes Two soll auch eine TV-Adaption bekommen. Ja. Ich bin bei Alice extrem skeptisch. Das glaube ich nicht, straight up. Weil Mary McLeod da für mich keinerlei Vertrauen für mich erweckt. Einfach weil der Mann seit zehn Jahren nichts anderes macht, als Projekte anzukündigen, die nicht passieren. Er hat allerdings, man muss sagen, er hat einen Kickstarter gemacht. Aber hier ist halt schon ein Showrunner mit drin und so. Deswegen klingt es so, als wäre das Projekt nicht mehr in der ganzen Anfangsphase. Wurde das denn von Netflix oder sowas angekündigt? Nee, bei Hollywood Reporter habe ich es gesehen. Der hat zwei so Kurzfilme veröffentlicht im Alice-Universum. Einer sah richtig furchtbar aus, der andere richtig cool. Ansonsten macht er halt, also ich bin da so skeptisch, weil er in diesen Streams, die er ganz oft macht, wo es immer wieder um Alice, wie soll denn das nochmal heißen, das dritte Spiel, ich habe da leider den Namen vergessen, aber er hat einen dritten Teil da fest im Kopf und er spricht da so ständig drüber, als ob es quasi immer kurz bevor steht. Ich habe da und da die ganzen Interessen, Interessenten und hier stehen sich Schlange und dabei hat er, soweit ich weiß, ist der aktuelle Stand, dass er noch nicht mal die Rechte daran hat, sondern dass sie immer noch bei EA sind. Und soweit ich weiß, liegen die Alice-Videospielrechte noch immer bei EA. Ich glaube, Alice Asylum meintest du. Ja, genau, das meine ich. Und da bin ich schon ein, zwei Mal so ein bisschen in ein Loch gefallen, um mich da mal so tief reinzufudeln. Und immer, was ich das Gefühl bekomme, ist, dass er sich so ein bisschen durchs Leben fudelt mit diesen Projekten. Deswegen, ich hoffe, das wird was. Ich finde, Alice ist ein sehr coole Franchise. Ich mochte das erste Spiel gerne. Ich mochte auch Madness Returns trotz all seiner Schwächen sehr gerne und glaube, dass das Universum da noch Potenzial hat. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich hier zu Gesicht bekommen werden. Ja, ich kann mir das als TV-Serie vorstellen. It Takes Two per se auch, aber der Reiz von It Takes Two ist ein anderer. Deswegen, da sehe ich halt den Reiz jetzt nicht unbedingt in der Welt und in dem Setup, auch wenn der auch gut gerade in einem Animationsfilm funktionieren kann. Aber da reicht doch das Videospiel. Aber naja. Ja, das ist weird. Wir wissen außerdem von mehreren Quellen, zum einen von Jim Ryan selbst, dass mehr Akquisen anstehen, dass Sony noch andere Eisen im Feuer hat, so rum. Und das haben dann quasi auch andere Leute der Industrie bestätigt. Jeff Keighley hat auch noch mal gesagt, er weiß von mehreren großen Deals, die kurz vor der Fertigstellung stehen und die noch kommen werden. Also kann sein, dass wir noch öfter über diese Art von News reden, kann auch sein, dass wir noch öfter das Breaking-News-Format auspacken, wenn wir irgendwie wahrscheinlich wieder drei Stunden nachdem der Podcast live geht, davon erfahren. Ja, vielleicht gleich, vielleicht jetzt gerade, wenn ihr das gerade hört, vielleicht nehmen wir jetzt gerade. Vielleicht gehört Capcom schon Sega. Nun gut, aber dann soll es das doch gewesen sein, erst mal zu der Bungie-Akquise seitens Sony. Und wir kommen zu einer Spiele-Neuankündigung, die ziemlich cool aussieht, nämlich Mina the Hollower von Yacht Club Games. Das sind die Leute, die Shovel Knight entwickelt haben. Und die machen jetzt ein neues Spiel. Mina the Hollower ist wieder ein Retro-Pixel-Spiel, diesmal nicht inspiriert von NES-Optik, sondern von Game Boy Color-Optik. Und es sieht auch aus wie ein Game Boy-Spiel. Sie sagen spezifisch in ihrer Kickstarter-Kampagne, denn es wurde mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet, dass es Inspirationen nimmt aus Castlevania, aus Zelda Link's Awakening und aus Bloodborne. One of these is not like the other. Und halt auch von Filmen wie Dracula oder so was, weil es halt sehr, es sieht von der Perspektive sehr aus wie so was wie Link's Awakening, wie so ein Top-Down-Zelda, aber hat halt die Ästhetik eher von einem Castlevania, würde ich, so würde ich es beschreiben. Und Hollower, habe ich mal nachgeschaut, in dieser Kickstarter-Kampagne, ist eine, in der Story der Welt, eine Gilde von Leuten, die die Erde studieren und dadurch das Hollowing als Fähigkeit entwickelt haben, was eben heißt, dass du dich vergraben kannst. Und das sieht man auch schon in dem Trailer, dass das so ein Skill ist, den man da hat, so wie es bei Shovel Knight das Springen war mit der Schaufel, ist es hier scheinbar das Hollowing. Was ich nur merkwürdig finde, ist die Tatsache, dass es überhaupt einen Kickstarter braucht. Also das hat ein Ziel von 272.000 Euro, das schon längst erreicht wurde. Wir sind bei 620.000 Euro so ungefähr gerade und es sind noch 24 Tage übrig. Und in dieser Kickstarter-Kampagne gibt es ja so ein Ding, warum Kickstarter? Und da steht halt, wir sind jetzt nicht wie beim letzten Mal bei Shovel Knight in Bredouille, also das sagen sie direkt dort, uns geht es gut, so nach dem Motto. Aber sie wollen das halt mit den Fans zusammen machen. Also das ist so der einzige Grund, die Fan-Integration, die sie dort nennen. Also I get it. Es ist eine einfache Million, um es ganz einfach und ganz simpel zu sagen. Also scheinbar, weil das geht ja wirklich ganz gut ab. Und du schadest niemandem damit, weil jeder kann das supporten, kriegt dann auch sein Spiel dafür. Es ist ja einfach eine einfache Möglichkeit, um Pre-Orders so früh wie möglich in der Entwicklung direkt zu generieren und zu Geld zu machen. Und das ist ja auch kein Einzelfall. Das ist dann ja, also Kickstarter wurde ja immer mehr zu dieser Sache, von dieser Sache von, wir machen das Spiel so oder so. Und es wurde entwickelt und wir haben vielleicht auch schon Support im Hintergrund, aber wir wollen euch trotzdem die Gelegenheit geben, mitzumachen. Das kann man, glaube ich, schon auch kritisieren. Also überrascht mich jetzt aber nicht. Also vor allem bei größeren Publishern ist es halt weird, wenn die sowas machen wie an Kickstarter heranzugehen. Ich würde sagen, dass Jagd Club eigentlich schon ein nicht kleiner Publisher, Verhältnismäßig sind sie eigentlich schon noch ziemlich. Verhältnismäßig stimmt das, aber also Shovel Knight ist schon eine echt große Franchise. Das betonen sie auch in der Kickstarter-Kampagne noch mal, wie sie alle Stretch-Goals und so eingelöst haben von Shovel Knight und da jetzt halt auch Erfahrung haben. Und dementsprechend wird das auch mit einem gewissen Selbstvertrauen alles dort geschrieben. Also das merkt man. Und das Spiel, also der Trailer sieht ja auch aus wie ein fertiges Spiel. Es gibt ja schon eine Demo, die zumindest bei Influencern schon spielbar war, wo du halt auch merkst, okay, da steckt schon ein gewisser Polish hinter. Es ist ja auch perfekt in ihrem Repertoire. Ja, total. Also das wundert einen, glaube ich, gar nicht, wenn du diesen Trailer siehst und denkst, das kommt von den Shovel Knight-Machern. Das ergibt Vollsinn. Ich finde es genau deswegen fast ein bisschen schade. Also fast, ich kann es nicht wirklich schade finden, weil ich glaube, dass es so Spiele jetzt, also diese Art von Retro-Spielen, die so auf Gameboy-Nostalgie abzielen, gibt es jetzt auch nicht jeden Tag. Deswegen freut es mich sehr, dass da die Fans davon sowas bekommen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es so ein bisschen absehbar ist. Dass es so ein bisschen, wie du sagst, natürlich machen die jetzt sowas. Da hätte ich mir, da hätte ich spannender gefunden, wenn sie sowas etwas mehr jetzt mit der Repertoire, mit der Expertise gemacht haben, hätten, dass es ein bisschen aufregender wäre. Aber ich verstehe sehr, wieso sie es nicht tun. Und ich freue mich auch wirklich sehr für alle Leute, die da was Cooles bekommen. Und parallel entsteht halt noch Shovel Knight-Dick. Das ja auch angekündigt wurde. Das ist auch so ein Mix aus Dungeon-Crawler, Roguelite und Platformer. Richtig. Auch in dieser Shovel Knight-Ästhetik. Sah auch ganz cool aus. Aber ja, also ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich glaube, wir könnten da theoretisch auch eine Demo anfangen. Muss ich mal gucken. Ich fände es auf jeden Fall spannend. Ich habe halt bei Zombie ein bisschen reingeguckt in das Gameplay. Und da bekommt man schon Lust drauf. Des Weiteren wurde in der letzten Woche ein, na ja, Spiel so semi angekündigt. Bei IGN gab es die Ankündigung merkwürdigerweise. Nämlich, dass es ein neues Gwent-Spiel geben soll. Gwent ist das Witcher-Kartenspiel, das ursprünglich erst in Witcher 3 spielbar war und dann ausgekoppelt wurde. Einerseits als Multiplayer-Hearthstone-like und aber auch als zum Beispiel The Witcher Tales Thronebreaker. Ja, klingt richtig. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Thronebreaker klingt richtig. Ja, Thronebreaker. Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe mir The Witcher Tales aufgeschrieben. Ja, aber genau, du hast es ja durchgespielt sogar. Ich habe es angespielt. Ja, hervorragend. Thronebreaker. Genau, und fand es das richtig, richtig gut. Sie sagen halt spezifisch, es soll kein Witcher Tales werden, was sie hier machen. Sie sagen, es soll ein Singleplayer-Gwent-Spiel werden. Also jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Kartenspielerweiterung für Gwent oder sowas. Und es soll potenziell noch in diesem Jahr erscheinen, so Richtung Herbst. Und es hört auf den Projektnamen Golden Necker. Und Necker sind so eine Kreatur im Spiel. Das klingt dann für mich, als ob es halt was Simpleres wird. Also ob es halt schlicht und einfach so eine irgendwie Turnier-Singleplayer-Variante des Kartenspiels wird. Ich will sowas wie ein Scription. Und das wäre natürlich sehr gut. Aber ich glaube, da steckst du dir selbst einen Stock in die Speichen. Und wenn das die Erwartungshaltung ist, fürchte ich. Nee, ich würde auch jetzt ... Also basierend auf der Beschreibung würde ich auch eher erwarten, dass so was sehr zurückgefahren ist. Aber ja, ich bin halt auch ... Wann habe ich das letzte Mal Gwent gespielt? Schon ewig her. Ja, ich war Thronebreaker. Thronebreaker ja auch leider nicht durchgespielt. Nun gut, wir kommen zur nächsten Ankündigung. Und die ist das am wenigsten Überraschende, was man sich vorstellen kann. Denn GTA haben gesagt, nach der unprecedented longevity, also der noch nie dagewesenen Langlebigkeit von GTA 5, sie wissen, dass viele Leute schon nachfragen und sie jetzt mal sagen, ja, das nächste GTA befindet sich in aktiver Entwicklung. Rockstar, haut raus. Rockstar, boom, Breaking News. Ich finde das irgendwie fast ein bisschen süß, weil ich denke mir so, ja, wer hat denn dran gezweifelt, alle mal melden. Also GTA ist doch natürlich in Entwicklung. Ich glaube, GTA ist doch irgendwie immer in Entwicklung. Sollte man meinen, wer weiß, also so aktiv, wie sie an 5 arbeiten, wer weiß, wie aktiv das dann in Entwicklung war. Allerdings, wenn sie das jetzt so ankündigen, dann scheint das ja auch wirklich eher ein bis zwei Jahre oder zwei bis drei Jahre raus zu sein, sagen wir mal. Also für Rockstar-Verhältnisse sind das zwei Monate. Genau, genau. Das ist so ein schneller Abwicklungsprozess bei denen. Aber das heißt dann jedenfalls schon, dass es schon viele Jahre in Entwicklung ist, weil die Entwickler in diesen Spielen ja wirklich fünf bis sieben Jahre. Ja, es dauert eben, bis neue Rockstar-Spiele erscheinen. Es sei denn, wir reden von GTA Online-Expansions. Genau, aber was natürlich auch Sinn ergibt, weil wenn du dir anguckst, was dann erscheint, das letzte mit Red Dead Redemption 2 ist halt etwas, was seitdem dann auch nicht wiederholt wurde in seinen Produktionswerten und in seiner Größe und in seiner Epik, was in diesem Spiel alles drinsteckt, ist ja wirklich, wirklich unfassbar und habe ich also auch dann nicht nochmal gesehen. Ja? Ist es bei Rockstar nicht eigentlich auch weird, dass wir nur die zwei Franchises bekommen? Genau das, also ich finde es nicht weird. Es ergibt für mich total Sinn, weil das ja diese Mono- Aber es ist schade. Also ich finde es nicht weird, ich finde es schade. Eigentlich noch mehr Sinn würde es ergeben, wenn sie nur GTA machen würden. Weil Red Dead Redemption 2 ist ja nochmal eine ganze Ecke weniger erfolgreich als GTA. Aber immer noch super erfolgreich. Und also mit dieser Profilierung von GTA Online, wer weiß, ob das darauf auch hinausläuft. Und wer weiß vor allen Dingen, was für einen Effekt der Erfolg von GTA Online auf GTA 6 haben wird. Das wissen wir alles noch nicht. Wer weiß, wie dieses Spiel dann wirklich aussehen wird. Ob das überhaupt noch zwei unterschiedliche Modi sind oder ob einfach dieses Spiel, so ein Service Game dann als Ganzes ist. Who knows? Ich kann mir das gut vorstellen. Das glaube ich nicht. Ich weiß es. Das wird ein ganz normales Singleplayer-GTA, aber wieder mit Online-Komponente. Vielleicht. Oder auch nicht. Nee, die würden, nee. Meiner? Nee, Robin. Warum glaubst du das nicht? Weil die machen ja schon GTA ... Also die neueste GTA Online-Erweiterung ist die ... Also diese GTA Online-Erweiterungen haben ja schon den Singleplayer-DLC ersetzt. Die erzählen ihre Geschichten schon über den Online-Modus in dem aktuellen Spiel. Ja, ja, ich weiß es. Und wenn das von Grund auf darauf entwickelt wird, dass du einfach genau so eine Story-Präsentation hast wie in den alten GTAs, nur es ist in einem Online-Spiel, why not? Ich kann mir vorstellen, dass Online mit integriert ist als quasi optionales Ding, aber dass du immer noch Singleplayer spielen kannst. Und dass das halt die ganz normale GTA-Erfahrung am Ende ist. Aber unter anderem Red Dead Redemption 2 ist eigentlich einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass wir immer noch ein Singleplayer-Spiel bekommen werden. Weil Red Dead Redemption 2 ist so groß und ambitioniert. Da steckt ganz offensichtlich eine Leidenschaft hinter. Ja. So. Und diese Leidenschaft, also es sei denn Dan Hauser oder wer auch immer, war es Sam Hauser oder Dan Hauser, der gegangen ist? Einer der beiden. Einer der beiden. Es sei denn, der ist gegangen, gerade weil jetzt irgendwie was verändert wurde in dieser Hinsicht. Weiß ich aber überhaupt nicht. Aber ich glaube, diese Leidenschaft ist schon noch da bei Rockstar. Ich glaube, sie wollen immer noch diese großen filmischen Erlebnisse machen und sie wollen immer noch diese Monolithen in die Videospielwelt. Also mein Punkt ist, diese Leidenschaft kann absolut auch auf diese Art ausgedrückt werden, dass du halt sagst, wir wollen das revolutionieren, eine gigantische MMO-Online-Welt, wo wir all die Stärken unserer alten Spiele haben, aber du bist halt immer online und wie du sagst, die anderen Spiele dort und die Missionen, wenn du gegen andere Gang-Mitglieder kämpfst, sind das keine KI-Gang-Mitglieder, sondern echt andere Spiele, die in anderen Gang sind. Oh mein Gott. Und außerdem kannst du hier für zufälligerweise für 30 Euro auch einen coolen T-Shirt kaufen, ein cooles T-Shirt kaufen. Also für mich würde das sehr, sehr viel Sinn geben. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich bereite mich so ein bisschen seelisch auf diese Möglichkeit vor. Darauf will ich, glaube ich, hinaus. Ja, Sie haben es halt bisher immer ausgekoppelt, deswegen könnte ich es mir auch vorstellen, dass es weiter so ist. Hoffen wir es. Also ich kann mir ja auch ein richtiges Multiplayer-GTA wie GTA Online tatsächlich auch für mich selbst vorstellen. Ich weiß, dass es mal eine Zeit gab, wo ich diesen Gedanken super spannend fand. Also wirklich super spannend. GTA 4 Multiplayer habe ich richtig viel Spaß mitgehabt, weil das so neu war. Ich dachte, das ist das All-Points Bulletin. All-Points Bulletin war ich auch super gespannt, bevor das rauskam, aber dann war es halt scheiße. Ja, GTA 4 Online fand ich auch super als Konzept. Ja. Incredible. Das war insgesamt unglaublich. Genau, dass du in so einer Stadt zu zweit oder dritt oder viert unterwegs sein kannst, ist halt super cool. Aber GTA Online stößt mich halt immer wieder ab, aufgrund der generellen Ästhetik rund um die ganzen Add-ons und was das alles für eine Atmosphäre ausstrahlt, finde ich super eigenartig und abstoßend. Und dann ist es halt auch noch so ein fitzeliges, so ein Patchwork. Also es fühlt sich nicht nach einem AAA-Polished-Ding an. Es sei denn, das hat sich jetzt schon mega verändert in den letzten Jahren, aber ich glaube nicht. Also sie haben jetzt angekündigt, mit dem Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Release von GTA 5, dazu passend in dem gleichen Blog-Eintrag wurde darüber geschrieben, dass der im März jetzt kommen soll. Da wird GTA Online eine neue Onboarding-Sache haben, wo du dann mehr Geld bekommst, dadurch diese Anfangskampagne, die du dann machst und auch irgendwelche Besitztümer, wo du dich dann einfacher in die anderen Gameplay-Systeme auch einsteigen kannst, weil das ist ja alles gegatet in GTA Online. Du musst ja, um dann irgendwelche Kampagnen und Story-Missionen zu machen, musst du erst mal drei Casinos besitzen und für die coolen Heist-Missionen, die immer so groß beworben werden, musst du auch irgendwelche Vorbereitungen erst mal machen. Und das war das, wo ich dann immer sehr schnell gesagt habe, ja, tschüss, ich werde nicht in GTA Online grinden. Nein. Und das soll dadurch einfacher werden. Aber ich glaube, dieses ganze Spielkonstrukt ist so zusammengezimmert und steht auf so einem wackeligen Fundament, dass man da wirklich, glaube ich, einen Reboot bräuchte. Aber meiner Erfahrung nach war Red Dead Online der gleiche Mist aus dieser Perspektive. Red Dead Online war auch verschachtelte Menüs und komische Progressionssysteme. Ja gut, das war aber auch Red Dead. Red Dead 2 ist das ja auch. Ja gut, aber das ist nochmal was Unterschiedes. Also nochmal anders, wie weird denn alles im Multiplayer ist. Also das ist dann nochmal deutlich... Ich finde das gar nicht so anders, weil ich finde, das ist beides entsteht, glaube ich, aus der gleichen Perspektive von nee, wir machen das auf unsere Art. Wir wissen, dass das besser geht oder anders. Aber wir machen das nicht so wie die anderen, weil wir sind fucking Rockstars. Die Final Fantasy 14 Art. Ja, also die Ur-Final Fantasy 14 Art. Ja, genau. Ja, es ist... Ich könnte mir auch vorstellen, dass GTA 5 online einfach wirklich immer noch da ist und zu bleiben. Es kommt jetzt am 15. März die Next-Gen-Variante von GTA 5. Und das ist ja die dritte Konsolengeneration, die davon abgedeckt wird. Und es läuft ja immer noch super. Also warum es überhaupt versuchen zu ersetzen? Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht machst du GTA 6 komplett Singleplayer und entwickelst einfach GTA Online weiter. Würde auch gehen, na klar. Genau. Who knows? Alle Möglichkeiten stehen offen. Nun gut, wir kommen zu einer Warcraft-News, bei der Blizzard gegenüber... Also es gab so eine Investoren-Presse-Mitteilung, also schon eine richtig öffentliche Presse-Mitteilung, aber halt eigentlich gerichtet an Investoren, wo sie halt sagen, wie toll alles läuft. Alle Investoren so, ja, ja. Und dass es wesentliche neue Inhalte in 2022 geben soll für die Warcraft-Franchise. Ja. Darunter ist wahrscheinlich einfach World of Warcraft und Hearthstone gemeint. Das Item ist schon quasi komplett geleakt mittlerweile. Ist das so, ja? Ja, man weiß wahrscheinlich schon, wie es heißt und worum es geht und sowas. Ist es spannend? Ja. Okay. Also wie spannend kann World of Warcraft uns gerade noch anpassen, weiß ich gar nicht. Ich fand dann diese News mit den Fraktionen, dass das aufgebrochen wird, das fand ich schon spannend. Also das klingt cool enough, I guess. Okay. Naja, jedenfalls sind darunter auch, also da steht auch so ein Satz, wo sie sagen, dass im Mobile-Bereich auch neue Inhalte kommen, erstmals in die Hände von SpielerInnen, womit ja quasi wirklich dann ein Spiel gemeint sein muss, weil Apps mit Warcraft gab es glaube ich schon mal, aber dedizierte Warcraft-Spiele nicht und das würde ja auch passen zu dem, was sie mit Diablo Immortal gerade machen zum Beispiel. Oder Hearthstone ist ja auch Mobile total groß und ich meine Hearthstone ist ja auch Warcraft. Also eigentlich stimmt das nicht so richtig, aber es heißt ja nicht, es ist ja kein primäres Warcraft-Spiel und scheinbar kommt da irgendwas. Das heißt, vielleicht kriegen wir unser Warcraft-Strategiespiel in diesem Jahr doch noch. Also ich glaube nicht. Ich glaube dann, das Warcraft-Spiel wird halt was sehr anderes werden, weil wie, also warum solltest du ein klassisches Strategiespiel machen? Du kannst natürlich sowas wie Clash of Clans. In Conquer. Ja, also mal wirklich, sowas wird es halt wahrscheinlich dann irgendwie werden. Irgendeine mobile Erfahrung für Warcraft ist für mich so fein. Also I guess macht das halt, es ist eigentlich komisch, dass es das noch nicht gibt. Das stimmt. Es wird glaube ich, also glaubst du es wird World of Warcraft heißen und du glaubst, es wird Warcraft heißen. Weil eigentlich benutzen sie mittlerweile nur noch den Term World of Warcraft öffentlich. Naja, Warcraft 3 Reforged, die ist ja auch einfach nur Warcraft 3 Reforged. Ja, das stimmt. Also ich glaube schon, wenn dann Warcraft, Warcraft selbst ist glaube ich, hat genug Wiedererkennungswert. Aber mir fällt jetzt im Mobile-Bereich dann auch nicht so richtig, also halt wirklich so ein Aufbau-Idle-Game oder sowas wäre tatsächlich, was man mir vorstellen könnte. Das fände ich super. Also falls ihr Geld haben wollt, Activision, dann solltet ihr das machen. Orcs and fucking soup. Falls ihr nicht wisst, worauf ich rede, googelt mal Cats and soup. Und wenn ihr ein Smartphone habt, dann holt euch auch Cats and soup. Das ist sehr gut. Also das macht wenig mit mir, muss ich sagen, diese News. Ich finde, das ergibt einfach Sinn. Ja, bei mir auch. Aber das liegt ja auch an Mobile-Gaming, weil ich da ja, also ich komme inzwischen ein bisschen mehr rein, wo ich mir so denke, okay, ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen runtergeladen und spiele dann auch mal das eine Phoenix Ride, was ich wirklich auf dem Mobile spiele und das geht dann auch. Aber so richtig funktioniert das halt nicht. Für mich persönlich. Nee, für mich persönlich auch nicht. Und ich meinte damit vor allem, dass es mich jetzt nicht negativ abfuckt. Ach so, nö. Nö, nö, nö. Also Blizzard hat ja auch einen Blogpost veröffentlicht, wo sie das auch erwähnt haben und wo sie ja gleichzeitig auch erwähnen, wir investieren in die Franchise und wir haben ja mit World of Warcraft dann wahrscheinlich dieses Jahr, also man muss sehr hoffen, dass es dieses Jahr ist, weil dieses Spiel hat, glaube ich, seit jetzt, weiß ich nicht, einem halben Jahr keinen Content mehr bekommen und der nächste Patch kommt jetzt irgendwann bald. Das sollte hoffentlich dann dieses Jahr auch das Add-On kommen. Und da, wenn ich dann, da haben sie dann die Hardcore-Fans schon so ein bisschen abgedeckt, hoffentlich, wenn das wieder was wird. World of Warcraft ist ja gerade an dem niedrigsten Punkt, an dem es je war. Sehr selbstverdient, muss man sagen. und ich hoffe sehr, dass sie sich da wieder fangen. Ich sage jetzt nicht, wie was nicht sehr wahrscheinlich heißt. Soll ich es sagen? Nee, können wir dann. Vielleicht wollen sich da Leute nicht spoilern, ich weiß nicht. Es sind ja auch immer noch Gerüchte, also kann auch immer noch Blödsinn sein. So, wir kommen noch zu einer weiteren News, die auch immer noch ein Gerücht ist, weil es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber Bloomberg zitieren, Quellen laut den Rocksteady's Suicide Squad Kill the Justice League verschoben wird auf 2023, was heftig ist, weil, mein Gott, ist das schon eine lange Entwicklung. Aber auch die am wenigsten überraschenden News, die ich je gehört habe. Ja, irgendwie schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, wie ist das denn passiert, sondern ja. Also man muss, ich glaube, man muss, also so wenig überrascht ist das für mich halt, weil einfach das Batman-Spiel kommt, weil Arkham Knights rauskommt und diese Spiele einfach so eine inhärente Ähnlichkeit haben, obwohl sie dann im Endeffekt gar nicht so unfassbar ähnlich sind, aber durch halt die Connection mit Rocksteady. Und man muss natürlich im Kopf verhalten, also wir wissen ja natürlich auch nicht genau, wie lange das jetzt konkret entwickelt wird. Wir wissen halt, dass Arkham Knights 2015 erschienen ist, was jetzt sieben Jahre her ist, oh Gott, oh Gott. Und sie seitdem nichts veröffentlicht haben. Arkham Knight hieß es aber? Ja, genau. Arkham Knight erschienen 2015. Wie heißt das neue? Gotham Knights. Weil du hast Arkham Knights gesagt. Oh, stimmt. Gotham Knights. Entschuldigung, das hat der Arkham gar nicht mehr im Namen. Ja. Gotham. Ich bin verwirrend. Und wir wissen so von Gerüchten zumindest, von so ein, zwei Projekten, die wohl dazwischen mal entwickelt werden, angeblich wurden von Rocksteady. Deswegen wissen wir jetzt nicht so genau, wie viele Jahre die jetzt exakt an Suicide Squad arbeiten. Aber ja, nehmt euch eure Zeit. Es ist irgendwie, es ist komisch, dass im Jahre 2022, dann bald zwei Jahre nach dem Release, immer noch die Next-Gen-exklusiven Spiele so selten sind, ne? Also so sehr, dass es mich gar nicht wundert, dass du denkst, ja, das geht wahrscheinlich erst nächstes Jahr los. Ich hab da, ja, eigentlich ist es wirklich faszinierend, weil so aktiv drüber nachgedacht hab ich da jetzt in der letzten Zeit nicht wirklich, aber es stimmt schon, es gibt jetzt nicht so viele Spiele, die dediziert für PS5 und Xbox Series X entwickelt wurden. Mir fallen Demon's Souls, Ratchet & Clank und The Medium ein. Da gibt's noch mehr. Returnal. Returnal auf jeden Fall, genau. Aber die kamen halt auch alle dann recht früh raus, also irgendwie danach kam dann nicht mehr so viel. Und geht dann vielleicht nächstes Jahr dann mal los. Ich meine, vielleicht fallen uns auch einfach bestimmte gerade nicht ein. Nicht ohne Frage. Aber was halt auch so, ne, im letzten Jahr gab ja ganz viele Sachen, die waren so, das gab's schon auf der vorherigen Konsolengeneration, jetzt gibt's das nochmal in Besser und 60 Frames und High Resolution, was ja jetzt mit GTA V zum Beispiel auch passieren wird, was wir gerade erwähnt haben. Ich wollte nochmal ganz kurz nachgucken, wann Gotham Knights rauskommen soll. Hast du das im Kopf? Nee, gar nicht. Ich glaube, es hat auch nur 2022 als Release. Sehe ich gerade. Das kann gut sein. Oh mein Gott. Das ist sehr merkwürdig, finde ich. Warners hat allgemein einen langen Durststreck jetzt hinter sich. Aber ich meine, die machen, die würden dann ja dieses Jahr Gotham Knights und das Lego-Spiel für, ich glaube, das ist Warner. Genau, ja, das ist Warner. Und auch ihr ... Ihr Smashcron. Right, das Future-Play-Ding, ne? Multiverse. Multiverse. Genau, okay, dann soll's das gewesen sein mit den News für diese Woche. Tschüssi. Du musst hier nicht verabschieden. Von der News, meinte ich. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer Sessorbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time23 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18.00 Uhr. Am Mittwoch war ich etwa live mit Bungees Anime-Action-Spiel Oni. Die Aufzeichnung findet ihr bei Time23 nebst neuer Folgen Ace Attorney. Am Donnerstag spielten wir wiederum zwei super Fan-Projekte, nämlich das PS1-D-Make von Bloodborne und das Resi 4-Fan-Remaster. Den Stream findet ihr auf dem YouTube-Hooked-Channel und natürlich auch bei Twitch. Und dann gab es natürlich noch unsere ganzen GoTi-Videos inklusive einen Blick auf eure Spiele des Jahres jenseits der Top 20, den sich 5 Euro SupporterInnen exklusiv auf Steady und Patreon anschauen können. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.schuckt und steady.de ist da schuckt möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben oder erstmal zu den Spielen, die wir nicht wirklich gespielt haben oder nicht genug gespielt haben. Du bist gerade dabei, mit Dying Light 2 anzufangen. Dann ist es halt wirklich nur ein ganz, also du hast, glaube ich, eine Stunde oder so gespielt. Gib mal ein Wort für die erste Stunde. Lang. Dann gibt's noch Oli Oli World, das wir unbedingt spielen wollen. Und Sifu wird ja jetzt auch gerade, also er ist gerade im Begriff zu erscheinen. Es gibt ja auch Early Access bei dem Spiel, aber der offizielle Release ist, glaube ich, morgen. Und das sind alles Spiele, die wir noch covern wollen. Sind wir bisher noch nicht so wirklich zugekommen. Deswegen erwartet da mal in der nächsten Woche was. Oder vielleicht diese Woche dann schon im Livestream. Das wollen wir mal gucken. Aber nächste Woche dann im Podcast. Und ich hatte das bereits in meinem GoTi-Video erwähnt. Ich spiele jetzt gerade halt sehr aktiv Tales. Da habe ich dann sowas wie Dying Light für zur Seite geschoben, weil ich jetzt in Tales of Arise wirklich im letzten Drittel auch angekommen bin. Und dieses Game macht ein paar Dinge, die wirklich fast schon Nier Automata-esk sind in seiner, in seiner, ja, in seinem ganzen, in seiner Präsentation, seiner Spielstruktur. Und das genieße ich gerade sehr. Deswegen konnte ich mich davon diese Woche nur schwerlich losreißen. Aber zwar ein bisschen Pokémon, aber für Dying Light ist er leider dann am Wochenende ein bisschen weggefallen. Genau. Und über Pokémon reden wir jetzt aber auch noch mal, weil ich habe das durchgespielt im Sinne von, ich habe die Credits gesehen und habe danach noch was vom Post-Credits-Content gespielt. Und bin jetzt an einem Punkt, wo mir das Spiel gesagt hat, begegne allen Pokémon und dann würde ich noch mal mehr Story bekommen. Und da bin ich halt gerade, da habe ich dann erst mal gesagt, okay, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ja. Weil das würde jetzt noch mal ein gewisser Grind sein, der da auf mich zukommt. Und du hast auch ein bisschen weitergespielt, ne? Ich bin auf der vierten Insel. Also, beziehungsweise, ich gehe jetzt auf die vierte Insel. Also, ich habe drei der fünf. Das sind keine Inseln großen Dinger besiegt. Ja, stimmt. Du bist auf einer großen Insel. Du bist auf einer Insel, also die vierte Area. Ja. Okay, dann fände ich doch mal ganz spannend, wie sich bei dir der Eindruck entwickelt hat. Weil bei mir ist es so, dass ich das Spiel auch nach dem Durchspielen noch sehr, sehr mag. Auch wenn ich merke, also die ganzen, das Lob und Kritik, falls ihr so einen generellen Eindruck wollt, wir haben letzte Woche sehr lange über Pokémon geredet. Sehr lange. Deswegen könnt ihr da mal reinhören. Aber da mochten wir es ja beide, trotz diverser kleiner und größerer Kritikpunkte. Und die haben sich bei mir sehr gehalten. Ich finde es immer noch faszinierend, die Art und Weise, wie ich hier mit der Welt interagiere und den Pokémon und dieses freie Rumrennen und so. Das macht mir tatsächlich immer noch inhärent Spaß. Aber das Prinzip selbst und die Struktur des Spiels überholt sich dann ab einem bestimmten Punkt schon, sodass ich mir denke, okay, das trägt es eigentlich nicht mehr bis zum Ende, wo ich dann gerne irgendwie neue Elemente gehabt hätte. Und es macht auch dieses, so ein ganz typisches Open-World-Ding. Es gibt dir ja pro Gebiet eine neue Navigationsform. Und sagt so, jetzt kannst du schwimmen. So, jetzt kannst du klettern. So, jetzt kannst du fliegen. Und je mehr ich davon bekomme und je angenehmer es wird oder je komfortabler es wird, diese Welt von A nach B zu bereisen, desto mehr wird es auch einfach nur ein, okay, ich interagiere quasi gar nicht mehr mit der Welt, sondern gehe von A nach B, je nachdem, was meine Mission von mir will. Und dann wird es, dann fühlt es sich sehr an wie, dann kommt so dieser Abarbeiten-Gedanke dazu. Zumindest in den Hauptmissionen, wo du dann einfach nur, okay, geh jetzt da hin, mach da ein kurzes Event, geh dann da hin, mach da ein kurzes Event. Und das ist dann nicht ein aufregendes Ort, die Reise, die ich hier habe und die ganzen Pokémon, die mir unterwegs begegnen, könnte ich zwar auch machen theoretisch, aber die komfortablen Reisemöglichkeiten kürzen das halt so sehr ab, dass es so ein bisschen abgespult wird. Und ich hätte mehr Lust, manuell auf die Reise zu gehen, wenn mir die Pokémon-Verteilung gen Ende ein bisschen besser gefallen würde, weil es mir, wie gesagt, das habe ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, in bestimmten Gebieten fällt es schon sehr auf, dass sie die gleichen Pokémon immer wieder verteilen. Und das, obwohl ich weiß, dass es noch voll viele gibt, denen ich noch nicht mal begegnet bin, weil ich habe jetzt die Liste gesehen und da sind noch ganz viele Fragezeichen und da denke ich mir so, wo sind die denn alle? Ja, die müssen alle von den zwei Geist-Pokémon in jeder Nacht verdrängt werden. Das ist halt so ein Ding. Ja, und Zubat und Golbert. Ja, genau, Zubat, Golbert und dann es gibt Nebulak und Driftlon. Und das sind die einzigen Pokémon, die gefühlt nachts darum schwirren. Das ist tatsächlich so eine Sache, die sich bei mir dann auch eingestellt hat. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es einfach zu wenig Pokémon in diesem Spiel gibt. Und zwar, weil das halt sonst wenig hat, dass es dir Neues präsentiert. Weil du ja in diesem Spiel noch mehr als in vielen anderen Spielen exakt das Gleiche machst nach 20 Stunden, was du nach einer Stunde machst. Also dieses Spiel hat eine gefühlt sehr niedrige Skill-Sealing, also nicht sehr viel Möglichkeit für dich jetzt neue Elemente zu entdecken. Weil du läufst halt und du wirfst Pokébelle auf Pokémon oder kämpfst gegen die und wirfst die dann auf die Pokémon. Und viel mehr entwickelt sich da ja eigentlich nicht, oder? Also ich würde auch sagen, es ist nicht viel mehr, aber es ist ein bisschen mehr, je nachdem, welche Nebenaufgaben du auch machst. Weil sie ja da teilweise sogar Minispiele reinbauen und du ja auch da verschiedene Minispiele hast. Entweder so Racing-Sachen, wo du Ballons kaputt machen musst oder zum Beispiel so Abwerf-Challenges. Die sind jetzt aber auch nicht die megakrassen, tollen Spiele, die du 20 Mal hintereinander spielen möchtest oder so, aber zumindest eine Abwechslung, die ich begrüßt habe. Und gerade gen Ende bin ich dann doch auch an wirkliche Herausforderungen gekommen. Also wo ich wirklich gesagt habe, oh krass, hier müsste ich ... Also wo ich aus einer Cutscene rausgeschmissen wurde und mir eine Textbox sagt, level mal ein bisschen. Ach, schön. Das musste ich nicht wirklich. Ich musste einfach nur meine Pokémon anders benutzen, aber trotzdem dachte ich so, ey, spiel. Das kann man auch wetter sagen. Aber das ist ganz schön, weil das vermisse ich dann. Ich weiß gar nicht, wie viel hast du gespielt, dass man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Ich bin jetzt, glaube ich, 20 Stunden ungefähr drin. Ich bin bei knapp 30, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich war so bei 25 knapp, als ich die Credits gesehen habe. Ja gut, dann werde ich wahrscheinlich immer deutlich länger brauchen. Weiß ich nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man spielt natürlich. Im letzten Gebiet zum Beispiel war ich schon weniger motiviert, okay, jetzt hier wirklich mit einem Kamm durch das Gebiet zu gehen und alles zu sehen. Und dadurch, dass du halt neue Reisemöglichkeiten bekommst, geht das auch schneller, dieses von A nach B geht. Also das ist halt der Grund, warum ich das jetzt noch mal ein bisschen weniger gespielt habe diese Woche, weil ich dann immer merkte, wie dieses Burnout-Gefühl immer schneller kam bei dem Spiel. Eben weil es dann in meinem Gefühl halt sehr immer das Gleiche ist. Und dann hast du halt die neuen Pokémon, die dich dann da langhangeln. Und dann werden die schon in der dritten, also die werden schon dann halt in meinem Fall ein bisschen weniger. Bzw. du siehst dann halt immer die gleichen Driftlons und Nebulaks und denkst dir so ein bisschen, ja, langweilig. Und dann höre ich halt von dir und auch von Lucy, dass es im vierten und fünften Gebiet durchaus nicht weniger wird, dass du die gleichen Pokémon noch mal präsentiert bekommst. Und die neue Pokémon-Szenen ist eigentlich so das Einzige, was mich da dann am Ball hält. Also das passiert auch noch, aber halt ... Natürlich, es gibt immer noch neue Pokémon, das sollte man betonen. Weil zum Beispiel das letzte Gebiet ist ja ein Schneegebiet. Also da sind dann auch wirklich viele Pokémon, die durchaus neu sind. Aber immer noch, wie ich finde, zu viele, die ich halt schon kenne. Und es ist halt dieses inhärente Ding von Pokémon-Legenden. Arceus hat einfach generell nicht so viele wirklich neue, neue Pokémon, so wie bei Schild und Schwer. Es ist ja eine ganze Reihe neuer Pokémon gehabt. Hier gibt es zwar auch neue, aber nicht annähernd so viele. Das ist quasi ein Event, wenn ein neues Pokémon gepräsentiert wird. Also wenn sich irgendwie ein Pokémon entwickelt und du merkst dann, oh, jetzt hat es plötzlich eine neue Form als Feuer. Das ist ja cool. Das finde ich dann super. Und die mag ich auch total, die ich bisher da gesehen habe. Aber das passiert dann halt nicht so oft. Ja, also ich finde, mit zunehmender Spielzeit wird dieser ... Wie soll ich das so sagen? Es ist so ein bisschen so ein Prototyp-Charakter, der das Spiel so ein bisschen hat in meiner Wahrnehmung, wo ich dann so den ganz, den Kern eines richtig guten Spieles sehe, aber nichts um diesen Kern drumherum gebaut wurde und dann nur diesen Kern hast und sich das dann halt recht nicht schnell, weil ich hatte, das hat dann 10, 50 Stunden gedauert, aber sich dann irgendwann zumindest erschöpft hat bei mir, wo es dann halt nur noch der sehr durchschaubare Kern ist, von wegen ich sehe halt jetzt dieses Pokémon, werft das dann drauf und dann ist es in meinem Ball und das mache ich dann jetzt nochmal drei Stunden. Aber ich habe da immer noch genug Spaß in, dass ich durchspielen werde. Also ich werde es, glaube ich, in immer kleineren Spiellängen machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da noch eine Weile dran immer mal wieder sitze, aber ich finde es immer noch, diesen Kern finde ich immer noch vielversprechend und darauf, dass man darauf aufbauen kann. Ich hoffe halt wirklich, dass die dann auch in Folge dieser Legends-Serie, was auch immer das werden wird, darauf aufbauen und der nächste Teil dieser Serie wirklich etwas mehr macht damit als diese gute Kernidee. Ja, ich denke da in Hinsicht auf Nebenquest-Aufgaben und Pokémon-Vielfalt und Herausforderungen und Belohnungssysteme, da kann man noch an vielen, vielen Stellen und Grafik kann man an vielen, vielen Stellen ansetzen und was machen. Was mich tatsächlich zum Schluss auch noch ein bisschen mit motiviert hat, war die Story, weil das jetzt zwar nicht die krasse Erzählung ist oder so, aber da sind zumindest ein paar Sachen passiert, die ich cool fand. Und das Spiel hat ja, es hat seine Puppen-Cutscenes, wo die Leute sich alle so aussehen, als wären sie halt an Fäden und wären so ganz mechanisch nur hin und her gedreht. Aber es hat eben auch richtige Cutscenes, wo es wirklich richtig inszeniert ist und davon gibt es ein paar richtig coole. Da kommt sogar so ein bisschen Hype-Stimmung auf oder kam bei mir zumindest ein bisschen Hype-Stimmung auf, weil dann halt auch Dinge von gewisser Signifikanz passieren in dieser Welt, die halt cool inszeniert sind. Und da dachte ich so, oh, schön, das geht also auch, das könnt ihr also auch. Davon hätte ich auch zum Beispiel gerne mehr. Und sowas wie die Musik mag ich ja total von dem Spiel. Ich finde ein bisschen schade, dass die Musik der einzelnen Gebiete irgendwie eigenartig selten triggert. Also die haben schöne Themes, die Gebiete, aber sie kommen halt recht selten. Und sie werden dann auch immer unterbrochen von den verschiedenen anderen Themes, wenn du dich an ein Pokémon ranschneigst oder da so ein Kampf mit einem Elite-Pokémon stattfindet oder sowas. Das ist dann auch manchmal ein bisschen weird. Aber insgesamt, ich bin zwar jetzt auch an den Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fühlt es sich für mich dann auch zu sehr nach Arbeit an, aber habe das super gerne durchgespielt. Also ich bin durchaus ein Freund dieses Spiels, aber würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass hier für eine Fortsetzung wahnsinnig viel Luft nach oben ist. Also das sollte man nicht understaten, glaube ich. Okay, dann schauen wir mal, vielleicht gibst du noch ein Fazit, wenn du es mal durch hast, falls sich da noch mal was verändert bei dir am Eindruck. Ansonsten, ich habe halt, bei mir ist halt das Ding, ich bin jetzt genau an dem Punkt, ich müsste diese letzte Mission jetzt machen, um halt das namensgebende Arceus noch zu sehen. Oh, das verstecken sie dahinter, krass. Genau, das ist halt das finale Ding. Das machen sie ja in den letzten Pokémon-Spielen zum Beispiel, auch bei Pokémon Schild und Schwert hattest du, nachdem die Credits liefen, fing noch mal eine neue Questline an mit Story über die mythologischen Pokémon. Und da denke ich mir so, warum macht ihr das nach den Credits? Da sind die coolsten Charaktere drin gewesen bei Schild und Schwert mit, wie heißt der, Schwerdolin und Schildrian oder so? Also cool ist ein Wort. Ich fand die super, ich fand die super. Das sind genau die Art Charaktere, die ich haben möchte. Und bei Pokémon-Legenden wird es jetzt auch, also da machen sie was Ähnliches, wo es halt auch dieser ganze Mythen-Kram stattfindet. Und den hätte man auch ein bisschen spannender gestalten können, rein von dem, was du tust. Aber so wie er inszeniert ist teilweise, mochte ich das ganz gern, worauf es hinausläuft. Und ich würde halt gern noch dieses finale Ding sehen. Ich will Gott sehen. Gott damit. Will Gott fangen. Ja, Gott fangen. Ja, genau. Also das macht man ja scheinbar in Diamant und Perl auch. Das hat ja nicht durchgespielt. Aber es ist einfach lustig. Gut, damit sind wir auch schon durch. Robin ist mal, glaube ich, der kürzeste Podcast seit Ewigkeiten. Wir haben nicht mal eine Stunde. Oh, nicht mal eine Stunde. Komm, dann rede ich noch eine Weile über meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich kann noch eine Sache, fällt mir da noch ein. Ich kann noch ganz kurz sagen, wie lustig ich gerade finde, was Book of Boba Fett macht mit der Serie. Ich habe schon mitbekommen, dass sie quasi gesagt haben, wir machen jetzt einfach die andere Serie weiter. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erlebt habe, wie sehr eine Serie ihren aktuellen Plot droppt, um die vorherige Serie fortzusetzen und auch einfach schlagartig besser wird. Das ist ein gutes Zeichen. Das fand ich so weird, weil es fehlt ja jetzt nur noch eine Folge. Und ich denke mir so, okay, der Hauptplot von der eigentlichen Serie, der ist jetzt schon so weit weg wieder, das ist so merkwürdig. Also, falls ihr Mandalorian gesehen habt und nach Mandalorian Staffel 2 gerade auf Staffel 3 wartet, fangt bei Folge 5 von Boba Fett an, dann könnt ihr da weitergucken. Schön. Weil es ist wirklich auch nicht nur so, oh, guck mal, der Mandalorian hat ja einen Gastauftritt, sondern hier wird direkt das Ende von Mandalorian Staffel 2 fortgesetzt. Fortgesetzt, ja. Und das hatte so einen Semi-Cliffhanger. Deswegen, das ist tatsächlich sehr relevant. Das ist wirklich wie so ein DLC fürs Ende, wo dann die Leute bei der dritten Staffel verwirrt sind. So, wenn du ein zweites Spiel spielst und dann der erste Ende im DLC schon weitererzählt wurde. Oder du sagst, hä, sag mal, was ist los? Ich weiß wirklich gar nicht, warum die das machen, weil die untergraben Boba Fett als Charakter und diese ganze Storyline so krass damit, weil es einfach nochmal zeigt, wie unaufregend das war. Und ich fand das ja okay am Anfang. Und dann Folge 4 war so die, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ist das gerade langweilig geworden, weil nichts passiert. Und Folge 5 ist dann einfach eine andere Serie. Verstehe ich sogar nicht. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Ja, fand ich auch sehr, sehr seltsam. Okay, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com.de und steady.de. Ab 5 Euro gibt es da exklusiven Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel unseren letzten Hookdown-Topic-Podcast, wo wir über das Filmjahr 2021 geredet haben, den wir dann auch diese Woche fortsetzen werden, weil das hat tatsächlich nicht gereicht, das alles in einem Podcast zu behandeln. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch eben das, was wir auch schon erwähnt haben, das zusätzliche GoTee-Video, wo wir eure Liste jenseits der Top 20 auswerten. Das gibt es auch dort für SupporterInnen. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen, könnt an Votings teilnehmen und könnt eure Fragen stellen für den Feedback-Podcast, die auch garantiert rankommen. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet ihr namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Apu, Chipza, Christian Hühndorf, Crushhead82, DonathanStyles aka DonStylo, Dobsy, Ejenjas, Elon Musk, Fure96, Gunnar Hildebrandt, Hauke Braav, Higa Diga, Jan Lippert, Lennart Struck, Mark Lammers, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz-Wolf, Mori, Mutkipp, Numimon digitiert zu, Oliver Zürfers, Pokespidee aka der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Rülux, Simon Dobitschei, Snake, Do you think love can bloom, even on a battlefield? The Nerds Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Kaim und Zombie. Vielen Dank, andere Podcast-ProduzentInnen. Vielen, vielen Dank. Ist nicht schön, dass ich wöchentlich Metal Gear Solid zitieren kann? Das ist wirklich toll. Du kannst da wirklich, also kann man das einfach komplett durch dich, also durch deine Brüste Line ziehen. Man schneidet das raus, hat dann halt immer Mario Galaxy Musik im Hintergrund, ist ein bisschen weird, aber kann das dann komplett ersetzen. Das finde ich sehr schön. Ich würde gerne einen Callout an Konami rausgeben und immer fragen, bitte veröffentlicht mal Metal Gear Solid 1 auf Konsole, ich will das mit meiner Freundin spielen, Dankeschön. Hast du gerade keine Möglichkeit, das anlösen? Nicht wirklich, also weil PC ja, aber zusammen mit der Freundin am PC spielen ist nicht mega komfortabel und über Steam Link ruckelt das dann wieder leicht. Hast du keine PS3? Zuhause? Oh doch, der ist mir heute Morgen entgegengekommen, tatsächlich. Entschuldigung? Meine Katze hat gelernt, Schubladen und jetzt auch Schranktüren zu öffnen und dann hat sie eine Schranktüren und dann hat sie eine PS3 rausgeworfen. Wollte PS3 spielen. Ich bin in ein Wohnzimmer gekommen und da lag einfach die PS3 auf dem Boden neben dem offenen Schrank. Oh no. Das war das laute Rumpeln. Also vielleicht habe ich noch eine PS3, ich weiß nicht, ob sie noch funktioniert. Das ist jetzt die Frage. Aber ja, da könnte ich ja eigentlich ... Da kannst du Metal Gear Solid 1 drauf spielen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ob es, wenn du es dir aus dem deutschen Store holst, auch die englische Sprachausgabe hat. Ich muss mir vorstellen, dass wir irgendwo eine Disc davon haben. Eine Disc würde auch funktionieren in der PS3. Mal überlegen, muss ich mal überlegen. Genau, und bei der HD Collection war ja ein Code dabei. Also die, die wir ja irgendwann mal sicher geholt haben. Bei der HD Collection von Metal Gear Solid, da war ein Code von Metal Gear Solid 1. Ach so, nee, dann nicht. Okay, never mind. Ja, wie siehst du, da wäre es doch schön, auch auf der Xbox zum Beispiel, die PlayStation 1 Version zu haben von ... Obwohl, ginge das? praktisch. Ich weiß nicht ganz, wie das funktionieren würde. Wie würdest du das gerade machen? Nee, stimmt, es geht wahrscheinlich gar nicht. Rein rechtlich meine ich. Ach so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nun gut, das soll es gewesen sein mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Viel Spaß mit den GoTi-Videos, falls ihr sie noch nicht geschaut habt. Empfehlung nochmal an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. 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 Tschüss.